Test 5 Hören Teil 1 Sie hören fünf Gespräche und Äußerungen. Sie hören jeden Text einmal. Zu jedem Text lösen Sie zwei Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie jetzt das Beispiel. Dazu haben Sie 15 Sekunden Zeit. Guten Tag. Was darf es sein? Ich möchte einen Blumenstrauß mit Flörerpfer schicken. Ja, gern. Wie viel darf der Strauß denn kosten? So ungefähr 20 Euro. Sie wissen, dass da noch Gebühren hinzukommen. Ja, klar. Die Blumen sollen 20 Euro kosten. Ich hatte an einen bunten Sommerstrauß gedacht. Ähnlich wie dieser Strauß hier. Gut. Dann kommen Sie bitte mit zum Computer. Wir geben dort alles ein. Ich brauche folgende Daten. Name und Adresse der Empfängerin oder des Empfängers. Wann der Strauß genau geliefert werden soll. Und ob eine Nachricht mitgeschickt wird. Lesen Sie jetzt die Aufgaben eins und zwei. Und nun noch eine wichtige Nachricht vom Forstamt. Wegen der anhaltenden Trockenheit und der sehr hohen Temperaturen herrscht Waldbrandwarnstufe 5 in allen Wäldern Westbrandenburgs. Die Wälder sind deshalb für alle Spaziergänger gesperrt. Die Bevölkerung wird um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten. Bitte verstoßen Sie nicht gegen das Verbot. Vermeiden Sie in der Nähe der Wälder offene Feuer und werfen Sie keine Zigaretten in die Natur. Melden Sie der zuständigen Feuerwehr sofort, falls Sie Rauchentwicklung oder Feuer beobachten. Lesen Sie jetzt die Aufgaben drei und vier. Das ist ja eine tolle Schneeskulptur. Woher ist das Foto denn? Na, aus Sapporo. In Japan gibt es doch das Schneefestival. Und da treten Mannschaften aus verschiedenen Ländern gegeneinander an und bauen Skulpturen aus Schnee. Es gewinnt das Team mit der eindrucksvollsten Skulptur. Wow! Da bauen die eine so große Skulptur? Sind denn alle Skulpturen Gebäude? Nein, es gibt nicht nur Gebäude. Auch Figuren und Filmszenen. Aber mir gefällt dieses Gebäude am besten. Deshalb habe ich es hier auf meinem Smartphone. Für mich kombiniert es traditionelle japanische Architektur mit der Moderne. Wirklich! Lesen Sie jetzt die Aufgaben fünf und sechs. Wirklich! 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 Schenker, Transportspezialist. Guten Tag! Guten Tag! Mein Name ist Manda. Ich würde Sie gern damit beauftragen, ein Klavier zu transportieren. Könnten Sie mir ungefähr sagen, wie teuer das wird? Das kommt auf den Transportweg und die genauen Umstände an. Wo sollen wir es abholen? In der Schillerstraße 17, in Altona. Welcher Stock? Gibt es einen großen Fahrstuhl? Im zweiten Stock. Ohne Fahrstuhl. Aha. Und wohin soll das Klavier gebracht werden? Nach Bremen, in eine Villa. Also dort soll es im Erzgeschoss stehen. Ich habe es mir aufgeschrieben und werde Ihnen bis heute Nachmittag einen Kostenvoranschlag per E-Mail zukommen lassen. Wie ist denn Ihre E-Mail-Adresse? Lesen Sie jetzt die Aufgaben 7 und 8. So, Benjamin. Hier ist Rixi. Sie ist schon wieder ganz fit. Ich sage dir schnell noch, worauf du achten musst. Also, Rixi darf erst heute Abend wieder Futter bekommen. Bis dahin darfst du ihr nur Wasser zum Trinken geben. Die Wunde musste genäht werden. Bitte reib die Naht jeden Abend mit dieser Salbe ein. Achte auch darauf, dass sich Rixi beim Ausführen nicht auf der Erde wälzt, denn es darf kein Schmutz an die Wunde gelangen. In 10 Tagen bringe ich Rixi noch einmal vorbei. Dann ziehe ich die Fäden. Vielen Dank auch, Frau Siebert. Tschüss. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen in der Allianz Arena, die heute wieder dank Ihnen, dank Euch ausverkauft ist. Ich begrüße Sie zum Bundesligaspiel gegen Hertha BSC Berlin. Wir heißen die Mannschaft von Hertha willkommen und natürlich auch den mitgereisten Fans. Aber auch Sie im Oberrang, im Mittelrang und im Unterrang. Herzlich willkommen, Fans von Bayern München. Der Unparteiische des heutigen Spiels kommt aus Frankfurt und heißt Peter Schoner. Es unterstützen ihn Martin Bauer, Tim Schneider und Paul Wenke. Nun wünsche ich uns allen ein schönes Spiel. Vielen Dank. Hören Teil 2 Sie hören im Radio ein Interview mit einer Persönlichkeit aus der Welt der Kunst. Sie hören den Text zweimal. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 11 bis 16. Dazu haben Sie 90 Sekunden Zeit. Sie há wirklich ein paar Jahre aus der Welt der Kunst. us gibt es keine Hochbeibene Anári Hue. Sie schauen mal um Bosn皆 ausf Mumbai, wenn wir Vielen Dank. Vielen Dank. Beginnen möchte ich mit einer eher provokativen Frage. Ist Modefotografie denn eigentlich Kunst? Fotografie ist Kunst. Warum Modefotografie also nicht? Weil sie gemacht wird, um Kleidung zu verkaufen, also nicht Selbstzweck ist? Auch auf Designerstühlen kann man sitzen. Für künstlerische Modefotografie bestehen dieselben ästhetischen Ansprüche wie für künstlerische Fotografie allgemein. Ihre Fotos zeichnen sich dadurch aus, dass sie normale Menschen, vornehmlich Frauen, zeigen. Ausgehungerte Models in vorgeblich sexy Outfits und ohne jeglichem Makel, dank Photoshop, sucht man auf ihren Fotos vergebens. Auch wenn es sich vielleicht auszahlen würde. Ich kann mich einfach nicht mit diesem Terror der Schönheit, dieser Perfektionsindustrie identifizieren. Die aber auch zunehmender Kritik ausgesetzt ist. Ja, die Zeiten ändern sich glücklicherweise. Sonst hätte ich wahrscheinlich beruflich auch keinen Erfolg mit meiner Art zu fotografieren. Vermutlich hätte ich dann weiter Lebensmittel für Supermarktwerbung fotografieren müssen. Oder vielleicht auch meinen Beruf gewechselt. Was stört Sie persönlich denn am meisten an diesem Terror der Schönheit? Die Unnatürlichkeit? Für mich ist es der Maßstab, der dadurch gesetzt wird. Dass alles, was nicht in ein ganz bestimmtes Schönheitsideal passt, einfach nicht mehr als schön gilt. Da retuschieren Bildredakteure alles, was stört. Da überlebt keine Falte, keine Sommersprosse, kein noch so kleines Fettpölsterchen. Das hat katastrophale Auswirkungen auf Frauen und Männer, die sich mit diesem Ideal vergleichen. Und selbst wenn man das nicht tut, so bleibt man doch in diesem Vergleichsmechanismus verstrickt. Zum Beispiel, weil die aktuelle Mode nur bei extrem schlanken Menschen wirklich gut aussieht. Wie empfinden denn die Models, die mit Ihnen zusammenarbeiten, Ihre Art zu fotografieren? Aus meinen Gesprächen mit Ihnen weiß ich, dass Sie sich akzeptiert fühlen. Mit Ihrem besonderen Aussehen, Ihrer besonderen Persönlichkeit. Ich will Sie so, wie Sie sind. Und setze mich nicht hinterher an den Computer, um aus Ihnen etwas anderes zu machen. Besuchen Sie oft Modenschauen? Eigentlich kaum. Auch nicht, um etwa ein neues Model bei der Arbeit zu sehen? Um ein neues Fotomodell kennenzulernen, ist eine Modenschau denkbar ungeeignet. Es ist ein ganz anderes Ambiente. Auch sind Gesichtsausdruck und Bewegungen so stilisiert, dass ich mir keine Vorstellung von den wirklichen Möglichkeiten des Models machen kann. Interessant. Frau Wicke, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses spannende Gespräch. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu Künstler im Gespräch. Mein heutiger Gast, die bekannte Modefotografin Daniela Wicke. Guten Abend. Guten Abend. Beginnen möchte ich mit einer eher provokativen Frage. Ist Modefotografie denn eigentlich Kunst? Fotografie ist Kunst. Warum Modefotografie also nicht? Weil sie gemacht wird, um Kleidung zu verkaufen, also nicht Selbstzweck ist? Auch auf Designerstühlen kann man sitzen. Für künstlerische Modefotografie bestehen dieselben ästhetischen Ansprüche wie für künstlerische Fotografie allgemein. Ihre Fotos zeichnen sich dadurch aus, dass sie normale Menschen, vornehmlich Frauen, zeigen. Ausgehungerte Models in vorgeblich sexy Outfits und ohne jeglichen Makel, dank Photoshop, sucht man auf ihren Fotos vergebens. Auch wenn es sich vielleicht auszahlen würde, ich kann mich einfach nicht mit diesem Terror der Schönheit, dieser Perfektionsindustrie identifizieren. Die aber auch zunehmender Kritik ausgesetzt ist. Ja, die Zeiten ändern sich glücklicherweise. Sonst hätte ich wahrscheinlich beruflich auch keinen Erfolg mit meiner Art zu fotografieren. Vermutlich hätte ich dann weiter Lebensmittel für Supermarktwerbung fotografieren müssen. Oder vielleicht auch meinen Beruf gewechselt. Für mich ist es der Maßstab, der dadurch gesetzt wird. Dass alles, was nicht in ein ganz bestimmtes Schönheitsideal passt, einfach nicht mehr als schön gilt. Da retuschieren Bildredakteure alles, was stört. Da überlebt keine Falte, keine Sommersprosse, kein noch so kleines Fettpölsterchen. Das hat katastrophale Auswirkungen auf Frauen und Männer, die sich mit diesem Ideal vergleichen. Und selbst wenn man das nicht tut, so bleibt man doch in diesem Vergleichsmechanismus verstrickt. Zum Beispiel, weil die aktuelle Mode nur bei extrem schlanken Menschen wirklich gut aussieht. Wie empfinden denn die Models, die mit Ihnen zusammenarbeiten, Ihre Art zu fotografieren? Aus meinen Gesprächen mit Ihnen weiß ich, dass Sie sich akzeptiert fühlen. Mit Ihrem besonderen Aussehen, Ihrer besonderen Persönlichkeit. Ich will Sie so, wie Sie sind. Und setze mich nicht hinterher an den Computer, um aus Ihnen etwas anderes zu machen. Dadurch fühlen Sie sich frei. Und wenn dann noch die Chemie stimmt, entstehen oft absolut faszinierende Fotos. Besuchen Sie oft Modenschauen? Eigentlich kaum. Auch nicht, um etwa ein neues Model bei der Arbeit zu sehen? Um ein neues Fotomodell kennenzulernen, ist eine Modenschau denkbar ungeeignet. Es ist ein ganz anderes Ambiente. Auch sind Gesichtsausdruck und Bewegungen so stilisiert, dass ich mir keine Vorstellung von den wirklichen Möglichkeiten des Models machen kann. Interessant. Frau Wicke, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses spannende Gespräch. Hören Teil 3 Sie hören im Radio ein Gespräch mit mehreren Personen. Die Personen sprechen über Auslandssemester für Studierende. Sie hören den Text einmal. Wählen Sie bei jeder Aufgabe, wer sagt das. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 17 bis 22. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hallo, bei mir im Studio sind heute die Studentin Kim Gutenbach und Andreas Müller von der Agentur für Arbeit. Wir wollen über Auslandssemester für Studierende sprechen. Also, laut neuesten Umfragen legen drei Viertel der europäischen Arbeitgeber Wert darauf, dass Bewerbungskandidaten Auslandserfahrungen haben. Das umfasst aber alle möglichen Erfahrungen, also sowohl Praktika als auch Erasmus-Aufenthalte oder andere Auslandsaufenthalte. Allerdings. Heute haben die jungen Leute einfach auch wahnsinnig viele verschiedene Möglichkeiten. Kim, waren Sie denn schon mal im Ausland? Hi, ich war gerade mit dem Erasmus-Programm in Schweden. Dabei habe ich außer ein paar Credits eine Menge neuer Erfahrungen mitgebracht und als Extrabonus richtig gut Schwedisch gelernt. Dass man auch die Sprache des Gastlandes beherrscht, ist aber nicht Voraussetzung, denn die Veranstaltungen sind, so viel ich weiß, ausschließlich auf Englisch. Ja, deshalb gewinnen, abgesehen von den Englisch-Muttersprachlern, alle Erasmus-Stipendiaten aber auch mehr Routine im Englischen, denn sie müssen an der ausländischen Uni Kurse absolvieren. Mhm. Für uns Studierende ist das Reizvolle aber weder die Lernerei noch die Karriereplanung. Es ist einfach aufregend, mal aus dem Alltagstrott rauszukommen und woanders in eine andere Wirklichkeit schlüpfen zu können. Tun das denn wirklich alle Teilnehmenden? Bisweilen habe ich den Eindruck, dass aus einer Mode heraus an Erasmus-Programmen teilgenommen wird. Ich meine, man sollte das nicht nur machen, weil es gerade mal angesagt ist. Trennt hin oder her, es gilt heute jedenfalls nicht mehr als Besonderheit, Auslandserfahrungen an den Arbeitsplatz mitzubringen. Betonen möchte ich, dass man bei der Arbeitssuche auch anders punkten kann, indem man sich gut vernetzt. Es hat sich nämlich gezeigt, dass gut vernetzte Studierende auch ohne Auslandserfahrungen reelle Chancen bei Bewerbungen haben. Das ist doch keine Neuigkeit. Gut vernetzte Leute haben immer auch als Erste die Informationen über frei werdende Stellen und sind anderen dann einen Schritt voraus. Das war schon immer so. In einem Zeitungsartikel stand, dass um die 25% der Studierenden nach ihrer Erasmus-Zeit eine neue Beziehung mit jemandem haben, den sie während des Aufenthalts kennenlernten. Ich finde, das ist eine pikante Nebenerscheinung des europäischen Austauschs. Tja, verständlich ist das. Man ist in einem anderen Land, nimmt bestimmt an tollen Feten und Veranstaltungen teil und in dem Alter so Mitte 20 ist das ja auch nicht so verwunderlich. Um die Verlässlichkeit der Statistik zu überprüfen, müsste man in der Zeitung nachschauen. Nach der Sendung kann ich Ihnen die Daten gern geben. Damit müssen wir unsere heutige Gesprächsrunde aber leider schon beenden. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie hören einen kurzen Vortrag. Der Redner spricht über das Thema Drohnen. Sie hören den Text zweimal. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 23 bis 30. Dazu haben Sie 90 Sekunden Zeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 untertitelt bei der Öffentlichkeit der durant rücken gamble spitária passion,樮ar sogenannte 잘� Rush? Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem Informationsabend über Drohnen. Mein Name ist Bernhard Kessler und ich werde eine kurze allgemeine Einführung geben. Im zweiten Teil soll es dann um den Bereich Freizeitdrohnen gehen und da wird uns ein Fachmann die derzeitige Rechtslage erläutern. Kameradrohnen sind faszinierend, denn sie ermöglichen es uns, die Welt aus der Vogelperspektive zu verstehen. Sie finden Verwendung in immer neuen Bereichen und bieten immer neue Funktionen. Was wir da von der Zukunft erwarten können, ist nicht abzusehen. In der Verkehrsüberwachung sind sie bereits weit verbreitet. Vor allem, weil sie wesentlich günstiger und wendiger sind als Helikopter. Die Bilder werden live übertragen und ein Computer gibt unverzüglich eine Empfehlung ab. Ob und in welcher Straße ein Eingreifen nötig ist. In Notsituationen übermitteln Drohnen Information auch über Orte, die sonst nur schwer zugänglich sind. Und ermöglichen es so, den Einsatz von Feuerwehr, Polizei, Bergwacht, Wasserwacht und anderen besser zu koordinieren. Ein anderer großer Einsatzbereich ist die Landwirtschaft. Das geht von einfacher Inspektion der Felder über Früherkennung kranker Pflanzen bis hin zur Auffindung vermisster Rinder. Bereits jeder dritte US-Landwirt lässt Drohnen für sich fliegen. Knapp ein Drittel hat die Anschaffung von Drohnen ins Auge gefasst und nur etwa 30% zeigen sich desinteressiert. Kürzlich habe ich sogar über eine Drohne gelesen, die wie eine Biene Blüten bestäubt. Die industrielle Herstellung einer solchen Drohne könnte die weltweit bedrohten Bienenvölker in ihrem Werk unterstützen. Aber der Bereich, der zur Zeit weltweit einen wahren Boom erlebt, sind die Amateur-Drohnen. Da kommen ständig Neuheiten auf den Markt und einiges dazu werden sie später noch zu sehen bekommen. Zugleich hat dieser Trend aber auch neue Regelungen notwendig gemacht. So dürfen beispielsweise Kameradrohnen Wohngrundstücke nur überfliegen, wenn der Besitzer das ausdrücklich erlaubt. Oder um Drohnen über 2 Kilo Gewicht fliegen lassen zu dürfen, muss man mindestens 16 Jahre alt sein und einen Kenntnisnachweis besitzen, für den man eine theoretische Prüfung ablegen muss. Diese gesetzlichen Regelungen wären wesentlich früher notwendig gewesen, denn immer wieder liest man über Unfälle oder beinahe Unfälle mit Drohnen. Neben den zahlreichen Autounfällen gab es kürzlich einen spektakulären beinahe Unfall bei einem Skirennen. Eine 5 Kilogramm schwere Drohne krachte plötzlich auf die Piste und verfehlte nur um Haaresbreite einen Skifahrer. Abgesehen davon, dass die Drohne gar nicht über die Piste hätte fliegen dürfen, grübeln Experten immer noch, warum die Drohne von einem Moment zum anderen aufgehört hat zu funktionieren. Aber ich will nicht weiter vorgreifen, denn jetzt kommen wir zum zweiten Teil unseres Abends. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem Informationsabend über Drohnen. Mein Name ist Bernhard Kessler und ich werde eine kurze allgemeine Einführung geben. Im zweiten Teil soll es dann um den Bereich Freizeitdrohnen gehen und da wird uns ein Fachmann die derzeitige Rechtslage erläutern. Kameradrohnen sind faszinierend, denn sie ermöglichen es uns, die Welt aus der Vogelperspektive zu verstehen. Sie finden Verwendung in immer neuen Bereichen und bieten immer neue Funktionen. Was wir da von der Zukunft erwarten können, ist nicht abzusehen. In der Verkehrsüberwachung sind sie bereits weit verbreitet, vor allem weil sie wesentlich günstiger und wendiger sind als Helikopter. Die Bilder werden live übertragen und ein Computer gibt unverzüglich eine Empfehlung ab, ob und in welcher Straße ein Eingreifen nötig ist. In Notsituationen übermitteln Drohnen Information auch über Orte, die sonst nur schwer zugänglich sind, und ermöglichen es so, den Einsatz von Feuerwehr, Polizei, Bergwacht, Wasserwacht und anderen besser zu koordinieren. Ein anderer großer Einsatzbereich ist die Landwirtschaft. Das geht von einfacher Inspektion der Felder über Früherkennung kranker Pflanzen bis hin zur Auffindung vermisster Rinder. Bereits jeder dritte US-Landwirt lässt Drohnen für sich fliegen. Knapp ein Drittel hat die Anschaffung von Drohnen ins Auge gefasst und nur etwa 30% zeigen sich desinteressiert. Kürzlich habe ich sogar über eine Drohne gelesen, die wie eine Biene Blüten bestäubt. Die industrielle Herstellung einer solchen Drohne könnte die weltweit bedrohten Bienenvölker in ihrem Werk unterstützen. Aber der Bereich, der zurzeit weltweit einen wahren Boom erlebt, sind die Amateur-Drohnen. Da kommen ständig Neuheiten auf den Markt und einiges dazu werden sie später noch zu sehen bekommen. Zugleich hat dieser Trend aber auch neue Regelungen notwendig gemacht. So dürfen beispielsweise Kameradrohnen Wohngrundstücke nur überfliegen, wenn der Besitzer das ausdrücklich erlaubt. Oder um Drohnen über 2 Kilo Gewicht fliegen lassen zu dürfen, muss man mindestens 16 Jahre alt sein und einen Kenntnisnachweis besitzen, für den man eine theoretische Prüfung ablegen muss. Diese gesetzlichen Regelungen wären wesentlich früher notwendig gewesen, denn immer wieder liest man über Unfälle oder beinahe Unfälle mit Drohnen. Neben den zahlreichen Autounfällen gab es kürzlich einen spektakulären beinahe Unfall bei einem Skirennen. Eine 5 Kilogramm schwere Drohne krachte plötzlich auf die Piste und verfehlte nur um Haaresbreite einen Skifahrer. Abgesehen davon, dass die Drohne gar nicht über die Piste hätte fliegen dürfen, grübeln Experten immer noch, warum die Drohne von einem Moment zum anderen aufgehört hat zu funktionieren. Aber ich will nicht weiter vorgreifen, denn jetzt kommen wir zum zweiten Teil unseres Abends. Applaus Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.